Mittwoch, der 15. Januar 2020. Es ist 18.25 Uhr. Jetzt live mit Fiebern bei der Ziehung der Lottozahlen mit Mirjam Hanna. Ich glaube, es geht schon wieder los. Wir haben heute einen Doppeljackpot hier, der sich sehen lassen kann. Mehr dazu gleich. Ich eile direkt schnell zu meiner geliebten Ziehungsmaschine. Denn heute wollen wir schnell starten. Kugel- und Ziehungsgeräte sind überprüft und jetzt auch einsatzbereit. Ich drücke Ihnen den Daumen und sage, Ziehung frei. Ich war ja wirklich sehr gespannt, ob wir unseren 2-Millionen-Jackpot gleich wieder raushauen oder nochmal ansparen. Und wir haben uns fürs Ansparen entschieden. Niemand in der ersten Gewinnklasse hat abgeräumt. So warten hier und heute 4 Millionen. Unsere erste Lottokugel ist parat. Und es ist die 2. Aber die zweite Gewinnklasse wurde geknackt. Gleich zweimal wurde der ewige Traum vom Sechser im Lotto erfüllt. Jeweils über 800.000 Euro gehen raus nach Nordrhein-Westfalen. Kugel Nummer 2 ist parat. Und es ist die 24. Ich habe es eben schon gesagt, heute gibt es eine doppelte Glückschance. Das heißt, 4 Millionen im ersten Gewinnrang und 3 Millionen sind im Spiel. 77 zu holen. Kugel Nummer 3 ist die 8. Es ist der 15. Tag im Januar. Zeit für eine Vorsatzbilanz. Wie weit sind Sie denn mit Ihren guten Vorsätzen, liebe Zuschauer? Wir sind wahnsinnig weit gekommen. Hier unser Lotto-Team. Kugel Nummer 4 ist die 46. Einige Tippe haben mir tatsächlich geschrieben, dass Sie für 2020 ein gutes Gefühl haben und weiter Ihren Zahlen die Treue halten. Ist auch ein deutlich besserer Vorsatz, als mehr Sport zu machen und weniger Süßigkeiten zu essen. Kugel Nummer 5 ist das, ist die 31. Denn wer Lotte spielt, macht nicht nur was für sein Glück, sondern tut wirklich was für das Allgemeinwohl. Wer beim Original spielt, unterstützt immer automatisch viele wohltätige regionale Projekte und Vereine. Unsere letzte und sechste Kugel ist in den 40ern, ist die 43. Und hier ist ein schneller Blick auf die sechs Glückskugeln. Und weiter geht es mit unserer Jackpot-Krönung. Unsere super Zahl. Ich sage nochmal, ziehen frei. 4 Millionen im ersten Gewinnrang und 3 Millionen im Spiel 77. Für so einen Mittwoch, so für unter der Woche, nicht schlecht. Um gleich beide Jackpots zu knacken, brauchen Sie die richtigen Zusatzkreuzchen. Und natürlich unsere super Zahl und das ist heute die 4. Jetzt sind wir komplett und hier kommen alle Gewinnzahlen in unserer Übersicht. Hier sind die Lottezahlen 6 aus 49. 2, 8, 24, 31, 43, 46. Und die super Zahl ist die 4. Dazu die Zusatzlotterien, die wir ja immer im Vorfeld ermitteln. Hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel 77. 3, 8, 8, 6, 2, 7, 9. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6. 8, 1, 6, 8, 5, 8. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie bei der Liveziehung mit dabei waren. Am Samstag schauen wir, was Sie aus unserem Doppeljackpot heute gemacht haben. Alle Quoten gibt es morgen früh auf lotto.de und am Samstag geht es hier wieder los, pünktlich um 19.25 Uhr live. Mit mir und gerne auch mit Ihnen. Tschüss, schönen Abend, auf Wiedersehen. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original. Vielen Dank.